So, moin zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir schauen uns gemeinsam an den C63 im Kampf gegen den M3 von BMW und klären auf, ob es der größte Fehler in der Geschichte von Mercedes-Benz war. Gut, der zu frühe Verkauf der Tesla-Aktien hat in jedem Fall eine wesentlich größere monetäre Auswirkung gehabt. Wahrscheinlich hat man damit eine Gewinnchance von 40 bis 50 Milliarden Dollar verpasst. Dagegen ist die zukünftige Absatzschwäche des C63 S ein Klacks. Aber war dieser Fehler vermeidbar gewesen? Vielleicht. War es konsequent entlang der Downsizing-Strategie? Ja, auf jeden Fall. Wir kommen direkt auf den Punkt Fazit vorneweg und trauern dann der Vergangenheit nach. Wir schauen uns alle Vorgänger an. Es tut weh zu sehen, wie eine glorreiche Geschichte, damit meine ich die der C-Klasse AMG, durch die immer schärferen Vorschriften und CO2-Bestimmungen so derbe niedergerungen wird. Ich möchte an dieser Stelle aber nicht nur negativ darüber sprechen, weshalb sich wahrscheinlich nur wenige in diesem Segment für einen C63 entscheiden werden, sondern auch kurz die Strategie eines Weltkonzerns ansprechen. Denn auch das gehört dazu, wenn man laut Kritik äußert. Es gehört zum guten Ton zu hinterfragen, warum hat Mercedes solch eine einschneidende Entscheidung getroffen? Von einem sensationellen Achtzylinder direkt runter auf einen Vierzylinder zu downsizen. Ich möchte hier an dieser Stelle nicht schönreden, daher habe ich ja auch diesen drastischen Titel gewählt. Aber wer das Fünfer-Video gesehen hat, hat auch gehört, dass ich gesagt habe, dass die Automobilindustrie vor einer ihrer größten Herausforderungen in ihrer Geschichte steht und hier von den Herstellern unterschiedliche Wege gegangen werden, um diese zu bewältigen. Mercedes hat hier konsequent zu unser aller Leid gehandelt und durchgezogen. Downsizing betreibt Mercedes schon viele Jahre. Schaut euch den AMG A45 an. Mit seinem Vierzylinder und abgefahrenen 421 PS ist das ein absoluter Knaller. Und gleichzeitig das stärkste Vierzylinder-Turbotriebwerk der Welt. Dieser Motor, der M139, löste sich selbst bzw. den Vorgänger, den M133, als stärksten Vierzylinder-Motor mit 381 PS ab. Das unterstreicht noch einmal die Kompetenz von Mercedes im Bau von haltbaren Hochleistungs-Vierzylindern. Das soll nicht heißen, dass ich den Vierzylinder in einen C63 gebaut hätte. Mir wäre es selbst viel lieber gewesen, man hätte, wenn schon Downsizing nötig, dann einen Sechszylinder genommen. Den Hybridantrieb hätte ich auch gleich weggelassen, zumal die Leistung von sage und schreibe 680 PS durch das Gewicht von absolut verrückten 2165 Kilogramm aufgezehrt wird. Das sind 310 Kilogramm mehr als im Konkurrenten dem M3 Competition mit X-Drive, also mit Allrad, und fast 400 Kilogramm zum Vorgänger mit V8. Das Gewicht spielt aber nur auf der Rennstrecke eine Rolle. Und da sind ohnehin die wenigsten mit diesem Auto unterwegs. Sein Revier ist die Autobahn und dafür ist er auf jeden Fall bestens gerüstet. Der Hybridantrieb sorgt mit 6,9 Litern auf 100 Kilometern im Wesentlichen für eine starke Verbesserung im Flottenverbrauch. Für viele Autonarren sicherlich eine mittlere bis große Katastrophe. Dass der V8 weg ist, allerdings musste dieser noch mit 10,1 Litern berücksichtigt werden. Für Mercedes ist das ganz klar Mittel zum Zweck. Ein Trost bleibt in jedem Fall. Mit 3,4 Sekunden auf 100 ist das Ding geradeaus viel schneller als je zuvor. Gut, in der Höchstgeschwindigkeit hat er mit 280 Stundenkilometer zu 290 Stundenkilometer im Vorgänger etwas nachgelassen. Aber auch das wird potenzielle Käufer nicht davon abhalten. Ein weiterer Trost ist das Exterieurdesign. Er sieht einfach Bombe aus. Für mich weiterhin eine sehr schöne Baby-S-Klasse. Es werden sich sicherlich Käufer dafür finden. Allerdings glaube ich auch, dass er mit dem Einstandspreis von 114.000 Euro sehr, sehr schwer haben wird. Wo Mercedes konsequent auf seinen Vierzylinder setzt, hält BMW konsequent am Sechszylinder fest. In dieser Klasse spielen die Emotionen eben eine beträchtliche Rolle und die liefert sein härtester Konkurrent, der M3. Mit seinem reinen Sechszylinder und 510 PS ist er mit angegebenen 3,5 Sekunden auf 100 nicht viel langsamer, aber sehr viel präsenter. Im Ton jedenfalls. Und damit meine ich die Musik, die er spielt. Oder sollte ich sagen, die er trötet. Das ist definitiv ein genialer Schachzug von BMW. Und mit 100.000 Euro deutlich günstiger als der Mercedes. In der Höchstgeschwindigkeit liegt der BMW mit 290 Stundenkilometern auch vorne. Gut, das ist aber nur eine Randnotiz. Aber genug mit dem technischen Führlefanz und einerlei. Lasst uns lieber in die Vergangenheit der beiden gucken und ein wenig trauern. Alles fing an im Jahr 1966 mit der BMW 0-2er Serie. Sozusagen der Vorläufer des 3er-BMWs und als Midklasse-Baureihe unterhalb der neuen Klasse angesiedelt. Wenn ihr das 5er-BMW-Video gesehen habt, dann wisst ihr jetzt, was die neue Klasse ist. Es war tatsächlich auch der Startpunkt für viele Tuning-Firmen, wie beispielsweise Alpina und Schnitzer. Es gab ihn nur als Zweitürer und später auch als Cabrio von Bauer. Der 2002 war mit 180 Stundenkilometer sehr schnell unterwegs. Schneller ging es im 2002 TI, der heute wie damals Kult ist. Und noch schneller war man im 2002 TI mit 130 PS und 190 Stundenkilometer unterwegs. Seinerzeit eine kleine Rakete. Das Highlight aber war der 2002 Turbo mit 170 PS und 212 Stundenkilometer in Höchstgeschwindigkeit. Er schoss 1973 den Vogel ab. Schaut euch diese Kurtflügelverbreiterungen an. Er war mit seiner Kriegsbemalung, wie die Journalisten damals schimpften, seinerzeit zu weit voraus. Die spiegelverkehrte Schrift auf dem Frontspoiler war dann der berühmte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Es war der erste turbogeladene Triebwerk aus deutscher Produktion noch vor dem 911er Turbo. Entsprechend hat er der versammelten Sportwagen Liga ordentlich eingeheizt. Mit sieben Sekunden auf 100 gab es in seinem direkten Umfeld gar keine Konkurrenz. Jedenfalls nicht für die Kohle. Aber die Ölkrise hat ihn nach nur einem Jahr Bauzeit gekillt. 15 Liter auf 100 Kilometern war einfach nicht drin. Der E21 kam im Jahr 1975 und war zwar der erste offizielle Dreier, aber sportlich war hier nicht viel zu holen. Erstmalig zog ein Sechszylinder-Motor in den Dreier ein, aber schnell ging es hier mit 143 PS in der stärksten Version nicht wirklich vorwärts. Ganz speziell im Vergleich zu seinem Vorgänger und von spektakulär ganz weit weg. Der W201 betrat 1982 als erster Mittelklassewagen von Mercedes die Weltbühne. Auch Babybands genannt, fachte er 1984 das Rennen um die Krone im Sportwagensegment gegen den Dreier-BMW wieder an. Mit dem 2.3-16 und 185 PS kam wieder Leben in die Bude. Und 7,9 Sekunden auf 100 waren eine Ansage in dieser Klasse und ein Weckruf an die Münchner. Im Jahr 1982 kam zwar auch der E30, allerdings krachte es so richtig erst 1986 in der Kiste. Der M3 betrat zum ersten Mal die Bühne und brachte gleich 200 PS mit. Bei 1200 Kilogramm Gewicht wundert es einen nicht, dass er nur 6,7 Sekunden auf 100 brauchte und eine Höchstgeschwindigkeit von 235 Stunden Kilometer erreichte. Das war erstmal absolut krass und deklassierte den Mercedes erheblich. BMW brauchte ein Homologationsmodell, einen Tourenwagen, mit dem sie in dem Motorsport einsteigen konnten. So war das jedenfalls gedacht. Also machten sie kurzerhand einen Tourenwagen aus dem E30. So kam das. Und so fuhr er auch einen Sieg nach dem anderen ein. Es ist der erfolgreichste DTM-Wagen, der je gebaut wurde. 5000 Einheiten hätten sie bauen müssen und hätten sie gebraucht für die Homologation. Geworden sind es dann 18.000. Es wollte einfach jeder einen haben, der ihn sich leisten konnte. Nur ein Jahr später hat Mercedes mit einer Hubraumerweiterung auf zweieinhalb Litern zurückgeschlagen. Der 2.5-16 hatte jetzt ohne Cut 204 PS. Mit Katalysator wurde ein bisschen Leistung gefressen, waren es 195 PS. Er konnte aber die 0-100 Zeit nicht wirklich verbessern, nur marginal 7,7 Sekunden und war noch viel zu weit vom BMW entfernt. Der E30 kam ab 1989 nur noch mit dem Katalysator und leistete jetzt 215 PS. Beziehungsweise vorher konnte man ihn mit oder ohne Cut wählen. Die Zeiten auf 100 blieben gleich. Es gab aber diverse Sondermodelle, die auf 100 Stundenkilometer die Zeit marginal verbesserten. Eines der berühmtesten Sondermodelle ist wohl das nach dem Rennfahrer Johnny Cicotto benannte Sondermodell M3 Cicotto. Am spektakulärsten jedoch war der M3 Sport Evolution. Mit zweieinhalb Litern Hubraum brachte er es auf die höchste Leistung von 238 PS in dieser Baureihe. Und mit sechseinhalb Sekunden auf 100 war er auch der schnellste. Auf nur 600 Stück limitiert ist er heute entsprechend teuer. 1989 brachte auch Mercedes einen Evolution. 1990 sogar einen Evolution 2. Mit 235 PS und zweieinhalb Litern war er die Sperrspitze der Baureihe. Aber dem M3 sowohl geradeaus als auch auf der Rennstrecke nicht gewachsen. Einer der Gründe war sicherlich das Gewicht. Er wog über 140 Kilogramm mehr als sein Rivale. Dafür sah er mit seiner riesen Frittentheke allemal spektakulärer aus. Als wäre er gerade aus der DTM direkt auf die Straße gefahren, weil falsch abgebogen. Dort gewann er 1992 im Übrigen dann auch den Meistertitel. Zusammengefasst gilt, erst kleine Theke, dann große Theke, dann größte Theke. Den E30 gab es übrigens auch als Cabrio. Wie ihr wisst, meine Lieblingsform des Automobils. In dieser Farbkombo. Ein absoluter Kracher. Pornorot mit Pornoveiß. Ich flippe aus. Was verbindet diese Baureihen von BMW und Mercedes mit der Gegenwart des C63 AMG E-Performance? Genau. Sie haben alle einen Vierzylindermotor. Das ändert sich 1992 schlagartig. Der E36 kommt mit einem sezensionellen Hochdrehzahlkonzept im Rhein-Sechser. Für mich immer noch einer der besten Motoren aller Zeiten. Mit 3 Litern Hubraum und 286 PS bei 7.280 Umdrehungen. Ein absolutes Sahnetriebwerk. Von 0 auf 100 mit 6 Sekunden wieder die Benchmark in diesem Segment. Und die M-Spiegel, ein wunderschöner Hingucker. Gefühlt wollte sie jeder auf seinem Auto haben. Auch nicht BMW-Fahrer. 1993 war dann die C-Klasse geboren und brachte auch gleich den ersten AMG hervor. Der C36 AMG war das erste gemeinsam mit AMG entwickelte Fahrzeug in der Mercedes-Benz-Welt. Ebenfalls mit 63er, aber mit 3,6 Litern Hubraum brauchte er mit 6,7 Sekunden zu lang, um dem BMW zu folgen. Das lag hauptsächlich an der Automatik. Damals haben die noch nicht so schnell geschalten und teurer war er auch. Aber Prestige, das konnte er. 1996 zum ersten Mal als Safety Car in der Formel 1. Wie geil ist das denn bitte? 1994 gab es den M3 dann auch zum ersten Mal als Limousine. Ebenfalls im Jahr 1994 kam auch das Cabrio auf den Markt. Der M3 GT kam 1995. Ein wunderschönes Sondermodell, das es nur in British Racing Green gab und auch nur 356 Mal gebaut wurde. Ein wesentlicher Unterschied zum normalen M3 sind die Türen aus Aluminium und ein weiterer Unterschied war die Mehrleistung, die durch diverse Anpassungen am Motor erreicht wurden. Die Leistung stieg somit auf 295 PS. Er hatte schon Motorteile aus dem Facelift übernommen, das im selben Jahr kam. Jetzt mit 3,2 Litern Hubraum und 321 PS. Gut zu erkennen nun an den serienmäßigen weißen Blinkern und erstmalig mit SMG, also einem automatisierten Schaltgetriebe. Achtung, keine Wandlerautomatik, sondern funktioniert wie ein Handschalter mit dem Unterschied, dass die Kupplung und der eigentliche Schaltvorgang automatisiert vonstatten gehen. Sie ist aber anfällig und deshalb hat sie auch auf dem Markt nicht wirklich viele Liebhaber gefunden. Von 0 auf 100 ging es jetzt in 5,5 Sekunden mit dem SMG. Das war großes Kino in der Zeit und eine Kampfansage an Porsche. Ich würde das Cabrio nehmen, mit dieser Farbe außen und dieser innen und die Schmiedefelgen des M3 GT. Ein absoluter Traum. 1997 legte AMG mit dem C43 nach. Es war der Umstieg von 6 auf 8 Zylindern. Jetzt auch als Kombi erhältlich. Mit 4,3 Litern Hubraum und 306 PS zwar immer noch nicht auf dem Beschleunigungsniveau eines M3, aber mit 410 Newtonmeter. Sehr wuchtig. Es war halt eine Baby-S-Klasse. Wesentlich komfortabler als ein M3 und mit Automatik wie für die Langstrecke gemacht. Und weil das nicht reichte, schob AMG nur ein Jahr später den C55 AMG hinterher. Den gab es allerdings nur auf Basis des C43 und war auch nicht offiziell auf der Preisliste. Du konntest also auch später noch mit deinem gebrauchten C43 hinfahren und monieren, dass es dir zu langsam ist. Anschließend hattest du dann einen 5,5 Liter V8 mit 347 PS im Auto und von 0 auf 100 warst du dann beim M3 mit 5,5 Sekunden angekommen. Aber mit deinen Newtonmetern hast du den Vogel abgeschossen. 510 Newtonmeter. Das ist gewaltig. Ein absolutes Drehmomentmonster. Im Jahr 2000 kam dann der E46 M3. Zuerst als Coupé und 2001 dann auch als Cabrio. Den Reihensechser gab es auch wieder. Komplett neu aufgebaut. Leistet er jetzt 343 PS. Aus immer noch 3,2 Litern Hubraum. Dieser war nur minimal erhöht worden. Die Höchstdrehzahl lag bei 8.000 Umdrehungen. 8.000 Umdrehungen sind eine Kampfansage an Ferrari. Das macht einen echt sprachlos. Ein Ferrari 360 Modena aus der Zeit hat maximal 8.500 gedreht. Mit 365 Newtonmetern brauchte er sich auch noch nicht mal vor dem Ferrari zu verstecken. Im Ferrari waren es auch nur 373 Newtonmeter. Und mit 5,2 Sekunden war er sauschnell auf 100 zu seiner Zeit. Gut, das ging im Ferrari mit 4,5 dann doch etwas schneller. Aber mit 1.535 Kilogramm wog er aber einiges mehr. Fast 200 Kilogramm. Unterschied. Das Cabrio wog sogar 1.655 Kilogramm. Und mit der SMG sogar 1.730 Kilogramm. Deshalb war seine Zeit auf 100 nicht ganz so schnell. Aber mit 5,5 Sekunden immer noch auf sehr hohem Niveau. BMW hatte hier ein bisschen Alltagstauglichkeit reingebracht. Und das Cabrio auch entsprechend stärker versteift als seinen Vorgänger. Apropos Alltagstauglichkeit. Fast hätte es auch ein Kombi gegeben. Es wäre wohl ein Kassenhit geworden. Hat man aber dann doch verworfen. Und das Spielfeld weiterhin dem Mercedes. Und natürlich dem härtesten und erfolgreichsten Konkurrenten, dem Audi RS4 überlassen. Der hat einfach beide zerlegt. Filetiert, rasiert, seziert. Nenn es wie du willst. Es ist der Kombi meiner Träume. Er hat sie beide einfach vernichtet. Mit 381 PS aus einem 2,7 Liter Biturbo V6 Motor und 4,9 Sekunden auf 100 ist er für mich das krasseste, was Audi je gebaut hat. Es war einfach der größte Schockmoment. Aus dem Nichts so ein Monster geschaffen. Wir feiern ihn noch in einem ganz eigenen Video. Versprochen. Ende 2000 kam dann der W203 auf den Markt und brachte den C32 AMG mit. Der hatte jetzt wieder einen Sechszylinder, aber nicht in Reihe, sondern in einem V angeordnet. Gepaart mit einem Kompressor bringt er es auf 354 PS. Auf 100 ging es in 5,2 Sekunden. Kein Wunder bei 450 Newtonmeter wieder einmal ein Drehmomentmonster. 2003 brachte BMW dann das Facelift des M3. Die Leistung blieb gleich und am Exterieur hatte man nicht viel verändert. LED-Rückleuchten waren noch mit die auffälligste Änderung. Im Innenraum aber sofort am 16 zu 9 Bildschirm zu erkennen. 2003 war auch das Jahr des M3 CSL. Hier hat BMW alles an Erfahrung aus dem Motorsport einfließen lassen. Leichtbau at its best. Innen wie außen führen zu 110 kg Gewichtsreduktion gegenüber einem normalen M3. Spezielle dünnwandige Abgasanlage zum Beispiel. Verbundwerkstoffe aus dem Motorsport im Heckdiffusor. Der Frontschürze, der Ansaugung sowie einigen Teilen des Innenraums. Die Motorhaube aus Aluminium und die Heckscheibe aus speziellem Dünnglas. Und absolutes Highlight, das Carbondach. Das gab es vorher so noch nicht. Das große Loch vorne in der Stoßstange ist übrigens kein Unfall. Sondern dient dazu dem Motor, der jetzt 360 PS leistet, mittels vergrößerter Ansauglüftführung entsprechend mehr Sauerstoff zuzuführen. Und damit auch wirklich jeder checkt, dass es sich hier um ein CSL handelt, hat man es einfach überall hingeschrieben, wo noch Platz war. Es gab ihn nur in Silbergrau und Schwarz. Und weil er nur 1383 Mal gebaut wurde, ist er heute nicht ganz günstig zu bekommen, wenn man einen kriegt. Dafür geht es in atemberaubenden 4,9 Sekunden auf 100. Der W203 2004 hatte Mercedes wieder auf 8 Zylinder umgestellt und den C55 AMG präsentiert. Aus einem 5,5 Liter Sauger hat man 367 PS herausgeholt und wieder auf brachiale 510 Newtonmetern hochgezogen. Das ist schon echt sensationell, dieser Drehmomentberg. 0 bis 100 blieb aber mit 5,2 Sekunden gleich. Bei 250 Stundenkilometer wurde elektronisch abgeregelt. Das galt auch schon für seinen Vorgänger. 2007 kam die C-Klasse zum ersten Mal als C63 auf den Markt. Er hat auf den ersten Blick direkt klargemacht, dass er es dieses Mal ernst meint. Sein Aussehen war mehr als auffällig. Allein die ausgestellten Rathäuser, die Kiemen im Frontspoiler und die Riesentröten am Heck. Nach all den Jahren der Schmach schlägt das Imperium zurück. Wieder ein V8, aber dieses Mal mit 6,2 Litern Hubraum und gigantischen 457 PS. Wir sprechen hier von der Mittelklasse, um nicht zu vergessen. Aber das reichte offensichtlich noch nicht. Man musste bei Mercedes sicher gehen, dass es dieses Mal klappt mit der Krone. Seine Verfolger wollten sie ein für alle Mal eliminieren. Und deshalb haben sie optional gleich noch ein AMG Performance Package angeboten, das nicht nur die Leistung auf 487 PS hochschraubte und die Höchstgeschwindigkeit von abgeregelten 250 km auf 280 km anhebte. Nein, es mussten auch noch Schmiedekolben und Titanpläule im Motor verbaut werden. Brachiale 600 Nm zerfetzen die Hinterräder in 0, nix. Wenn du Traktion hattest, ging es in der Limo von 0 auf 100 in 4,5 Sekunden und mit Package in 4,4 Sekunden. Sogar das T-Modell war mit Package in 4,5 Sekunden schneller auf 100 als das M3 Coupé. Bam! Das hat so hart gesessen. Im selben Jahr kam auch der M3 E92, also das Coupé. Jetzt auch mit einem V8, aber nur mit 4 Litern Hubraum. Der Motor war darauf ausgelegt, maximal hoch zu drehen. Wie in einem Rennwagen eben. Die 400 Nm lagen bei 3900 Umdrehungen an. Mit 8300 Umdrehungen hattest du schon die maximale Leistung von 420 PS erreicht. Und mit 8400 Umdrehungen bist du in den Drehzahlbegrenzer gerauscht. Es war der höchst drehende PKW-Serienmotor, den BMW je verbaut hat. Damit bist du im Handschalter in 4,8 Sekunden auf 100 gefahren. Und mit dem erstmalig erschienen Doppelkupplungsgetriebe ging es etwas schneller. 4,6 Sekunden geradeaus, also gegen den Benz, keine Chance. Die Limousine mit der internen Bezeichnung E90 kam 2008 und war noch einen Ticken langsamer. Der Handschalter brauchte 4,9 Sekunden und das DKG 4,7 Sekunden. Es waren eben völlig unterschiedliche Philosophien, die hier gegeneinander angetreten sind. Der Benz, ein Cruiser mit Dampf und der BMW für die Rennstrecke mit Restkomfort. Im selben Jahr, also 2008, kam auch das Cabrio E93 zum ersten Mal mit einem Stahldach. Das machte das Cabrio entsprechend schwer und war auch deshalb nicht so beliebt. Aber alltagstauglicher. Trotzdem hat man insgesamt weniger davon verkauft als vom Vorgänger. Der Handschalter brauchte 5,3 Sekunden und mit dem DKG waren es 5,1 Sekunden. Im Jahr 2009 kam ein Highlight der Baureihe. Es war der M3 GTS. Konsequent auf Rennstrecke getrimmt und mit zahlreichen Änderungen zur Gewichtsreduzierung. Wie beispielsweise spezielle Leichtbauabgasanlage mit Titanentschalldämpfern, Carbon-Dach, besonders leichte Bauweise für die Mittelkonsole und Türverkleidungen, Polycarbonat in den hinteren Seitenscheiben und der Heckscheibe und die auffälligste Änderung im Innenraum, die fehlende Rücksitzbank. Dafür mit Überrollbügel und reinrassigen Rennschallensitzen mit 6-Punkt-Sicherheitsgurt. Der Feuerlöscher darf natürlich auch nicht fehlen. Gewicht? 1530 Kilogramm. Klimaautomatik und Audioanlage wurden dann auf Kundenwunsch integriert. Darüber hinaus erhielt er mehr Hubraum durch die Erweiterung des Zylinderhubs auf 4,4 Liter, was zu einer Leistungssteigerung von 30 PS führte und das Drehmoment auf 440 Newtonmeter erhöhte. Alles in allem führte dies zu einer Zeit von 4,4 Sekunden auf 100. Das reichte für den Benz geradeaus zwar immer noch nicht, aber auf der Rennstrecke war er der Boss. Auch die Höchstgeschwindigkeit von 350 Kilogramm machte ihn einzigartig. Es wurden nur 150 Einheiten gebaut. Entsprechend teuer. Ein weiteres Highlight war der M3 CRT. Davon wurden sogar nur 67 Einheiten gebaut. Gleiche Leistungsdaten wie im GTS und auch hier umfangreicher Leichtbau machen das Fahrzeug zum Rennwagen für Sammler. Es gibt sogar derzeit zwei Fahrzeuge in Deutschland, die ich gefunden habe bei meiner Recherche. Der eine 140.000 Euro und der andere bei knapp 200.000 Euro. Der Preisunterschied resultiert ganz einfach aus der Laufleistung. Der günstigere hat halt schon 46.000 Kilometer auf der Uhr. Da hat wohl jemand tatsächlich richtig viel Spaß damit gehabt. Der Glückliche. 2011 kam dann das Facelift für die Limo. Dem T-Modell und mit dem Facelift erstmalig das Coupé. Wir sprechen von der Baureihe W204. Das gab es vorher nämlich gar nicht. Die Leistungsdaten sind aber gleich geblieben. Schließlich hatte die Konkurrenz gerade nichts zu melden. Und 2012 kam dann eines der krassesten Fahrzeuge der Automobilgeschichte, würde ich sagen. Der C63 AMG Coupé Black Series. Das hat dann auch nichts mehr mit Konkurrenz zu tun, sondern spielt einfach in einer anderen Liga auf einem anderen Planeten. Wenn du 517 PS und 620 Newtonmeter in die Mittelklasse pflanzt, dann willst du auch einfach eine andere Klasse draus machen. Es geht gar nicht mehr um Mittelklasse. Mit 300 Stundenkilometer bist du zur damaligen Zeit mit allem, was Rang und Namen hatte, um die Wette gefahren. 4,2 Sekunden auf 100 waren ein Fabelwert für diese Zeit. Egal in welchem Segment. Es gab ihn auch mit Flügelwerk, aber zivil sah er deswegen vorher trotzdem auch nicht aus. Die 600 Einheiten waren schnell vergriffen. 18 cm breiter als die Serie. Hektike. Mit oder ohne Rückbank. Mit oder ohne Käfig. Hart, laut, schnell. Einfach Wahnsinn. Und wenn du keinen Black Series bekommen hast und trotzdem richtig geil unterwegs sein wolltest, hast du den 2013 erschienenen C63 AMG Edition 507 genommen. Wie schon im Namen steht, hat der Wagen dann ein bisschen weniger Leistung als der Black Series. Die Fahrleistungen waren aber gleich. Bis auf die Reduzierung der Endgeschwindigkeit auf 280 km und nur 610 Newtonmetern statt 620. Den Edition konnte man auch als Limo und Kombi bekommen. Einzigartige Fahrzeuge aus heutiger Sicht, die es so nie wieder geben wird. Daher würde ich den Black Series nehmen. Kostenpunkt ca. 200.000 Euro. Und wenn die Kohle dafür nicht vorhanden ist, dann den Edition. Der liegt bei ca. 75.000 Euro. Und wenn die Kohle dafür nicht reicht, dann einfach den einfachen, aber mit Performance Package. Der liegt dann bei ca. 50.000 Euro. 2014 kam dann die fünfte Generation des M3 auf den Markt. Es war eine Zeit des Umbruchs. Nur noch die Limo hieß M3. Coupé und Cabrio waren jetzt mit M4 bezeichnet worden. Aber die viel bewegendere Veränderung war wohl sicherlich die Aufladung der Motoren. Mit gleich zwei Turboladern beendete die M GmbH die Geschichte des Saugers und führte gleichzeitig den reinen Sechszylinder wieder ein. Die zwei Turbolader waren so angeordnet, dass möglichst kein Turbolach zu spüren war. Und gleichzeitig wollte man unbedingt die Drehfreudigkeit, aber auch die verzögerungsfreie Gasannahme des Sechszylinders, wie man es aus der Vergangenheit kannte und gewohnt war, erhalten. Ergebnis waren dann 7600 Umdrehungen, Maximaldrehzahl. Das ist wirklich herausragend. Die 431 PS sind kein großer Sprung in der Leistung zum Vorgänger. Aber wenn man bedenkt, dass der Achtzylinder vorher wesentlich mehr Sprit gebraucht hat, ist die jetzige Leistungsausbeute bei gleichzeitiger Verbrauchsreduktion definitiv eine Sensation. Die 550 Nm sind sogar eine erhebliche Verbesserung zum Vorgänger. Um einiges schneller geht es jetzt auch auf 100. Mit dem 7-Kang-Doppelkuppler in 4,1 Sekunden, einen Handschalter gab es auch wieder. Die Höchstgeschwindigkeit konnte mit dem optionalen M-Drivers-Package auf 280 Stunden angehoben werden. Erstmals kam auch die Limo mit einem Carbon-Dach. Dadurch hat man 5 kg Gewicht gespart. Gut, kann man jetzt diskutieren, streiten, was auch immer. Das Coupé der M4 brachte exakt die gleichen Fahrwerte. Das Cabrio hingegen war wieder mit Stahldach angeboten worden und war daher ca. 250 kg schwerer. Das verschlechterte die Fahrleistung natürlich. Ich möchte aber ganz kurz dazu sagen, dass ich selbst das M4 Cabrio hatte, wenn ihr meine Videos alle schon geguckt habt, dann wisst ihr das auch, dass ich selbst das M4 Cabrio Competition hatte und mir ging es in erster Linie nur um den Sound an der Frischluft und sonst nichts. Also keine Performance, das hat mich alles, das juckt mich alles nicht. Aber weiter im Text. Mit 4,4 Sekunden in einem anderen, naja, ich sag mal überschaubaren Bereich, es war jetzt auch nicht langsam, wenn man das Geballer an der Frischluft genießen will. Und genau darum ging es mir. Im selben Jahr gewann Marco Wittmann seine erste DTM-Meisterschaft. Was Besseres hätte zum Verkaufsstart des M3, M4 gar nicht passieren können. Deshalb widmete BMW ihm gleich mal eine Sonderedition, die auffälliger nicht hätte sein können. Allerdings mit 23 Einheiten extrem selten. Im Jahr 2015 kam dann auch der C63 mit aufgeladenem Motor. Auch er musste seinen Sauger, den herrschenden Abgasnormen, zum Fraß vorwerfen. Mit einem 4 Liter Biturbo-Motor und 476 PS in der Variante ohne S und 510 PS mit einem S. Das sind schon wieder so deklassierende Werte. Ich kann es gar nicht anders sagen. 650 Newtonmeter in der einfachen Version und 700 Newtonmeter in der Killer-Version mit dem S. Von 0 auf 100 ist der Mercedes zwar nicht davon gefahren, aber dafür war er mit 1800 Kilogramm einfach zu schwer. Aber die Leistungsdaten sind für einen Mid-Klassewagen wie von einem anderen Stern. Ich fasse es wie folgt zusammen. Wenn du die Langstrecke möglichst schnell, aber gemütlich mit einer Brise Restkomfort hinter dich bringen willst, dann wählst du den C63. Mit dem M3 würde ich die Langstrecke erst gar nicht anfangen. Wenn ich damit anfangen würde, wäre die Autobahn eine Rennstrecke und ich entsprechend bei Ankunft am Ziel verschwitzt. Aber das ist natürlich nur meine persönliche Meinung. Gemütlich und mit etwas mehr Platz fürs Gepäck ging es im T-Modell mit ähnlichen Fahrwerten vorwärts. Erstmalig auch ein echtes C-Klasse-Cabrio. Ja, ich weiß, der CLK, aber der war halt keine C-Klasse, auch wenn er auf der gleichen Plattform gebaut wurde wie die C-Klasse. Mercedes wollte den CLK aber näher bei der E-Klasse wissen. Aber genug erklärt. Das Cabrio kam mit einem Stoffverdeck und wog nochmal 100 Kilogramm mehr als der BMW mit einem Stahldach. Mit über 1900 Kilogramm war der Wagen echt schwer. Aber auch hier ähnliche Fahrwerte wie die Limo und das Coupé. Mit dem AMG Drivers Package konntest du in der Limo und dem Coupé sogar 290 Stunden Kilometer fahren. T-Modell und Cabrio wurden bei 280 Stunden Kilometer elektronisch eingebremst. Im Jahr 2016 gab es den M3 und auch M4 als Competition. Die Leistung stieg auf 450 PS, die Fahrwerte verbesserten sich mit 4 Sekunden auf 100, nur minimal. Viel wichtiger war der Sound. Der war mit der M-Sport Abgasanlage ein absoluter Genuss. Das überarbeitete Fahrwerk mit neuen Federn, Dämpfern und Stabilisatoren verbesserten die Performance. Die geschmiedeten 20 Zöller sahen nicht nur sehr gut aus, sondern versprachen auch mehr Grip. Schwarze Niere vorne, schwarze Kiemen an der Seite und schwarzes Badge hinten waren weitere Details. Auch die M Shadowline hat noch das letzte bisschen Chrom verdrängt. 2016 kam ein weiteres Sondermodell. Das M4 Coupé GTS mit krassen 500 PS und jetzt 600 Newtonmeter. Die Mehrleistung hat man durch die Wassereinspritzung zur Kühlung des Motors erreicht. Von 0 auf 100 ging es damit in 3,8 Sekunden auf 100. Und bei 305 Stundenkilometern war dann Schluss. Das war damals einzigartig in dieser Klasse. Auch die OLED-Rückleuchten waren der Hit und erstmalig in einem Serienfahrzeug verbaut worden. Zur aufwendigen Gewichtsreduktion hat man Schalensitze, Bremsen, Motorhaube, Dach und Flügel aus Carbon gefertigt. Auch eine Titanauspuffanlage, die 20% Gewicht eingespart hat. Und noch vieles mehr. Aber das führt dann doch zu weit an dieser Stelle und deswegen lassen wir das. Was man sagen kann, ist aber, dass BMW wieder einen Rennwagen für die Straße gebaut hat. Und das gibt es so nicht noch einmal in der Mittelklasse. Leider ist der Wagen natürlich sehr teuer und mit seinen 600 Einheiten entsprechend rar. Und weil es in 2014 so schön war, wiederholte Marco Wittmann seinen Erfolg als DTM-Gesamtsieger in 2016 noch einmal. Und BMW brachte auch hierfür ein Sondermodell. Es hieß wieder genau M4 DTM Champion Edition. BMW dachte sich, ach komm, ein Sondermodell geht noch. Wir nehmen einfach den Motor vom GTS, produzieren nur 200 Einheiten davon und verkaufen ihn für ein paar Euro mehr. 148.000 Euro waren dann auch ein Wort. Das soll jetzt nicht gehässig klingen. Aber der GTS war damals so schnell ausverkauft, dass es nicht schaden kann, dass dieser geniale Motor unter anderem Namen nochmal aufgelegt wurde. Also ich bin da ganz happy damit. 2017 kam dann das Facelift und brachte leichte optische Veränderungen mit sich. Die adaptiven LEDs vorne zum Beispiel oder auch hinten. Die Leistung blieb gleich. Und weil es noch nicht genug Sondermodelle gab, haute BMW auch noch den M3 und den M4 als CS raus. Nur Limo und Coupé. Mit 460 PS gab es ein bisschen mehr Leistung und ganz viel Leichtbau. Unter anderem die Sitze. Zum Beispiel Motorhaube und Dach waren aus Carbon. Und die OLED-Leuchten aus dem GTS durften nur das Coupé tragen. Mit 1200 Einheiten gibt es davon aber ein paar mehr als vom GTS. Die M3 Limo wurde ab 2018, August 2018, nicht mehr in Europa angeboten. Es war das Jahr, in welchem der Sound vieler wundervoller Fahrzeuge durch einen OPF gekillt wurde. BMW wollte ihren Umbau für den M3 nicht machen und stellte ihn kurzerhand ein. Coupé und Cabrio waren aber weiterhin zu haben. Der sensationelle Sound, speziell das Competition, war dahin. Der war einfach weg. Wichtig zu erwähnen, dass alle gerade genannten Fahrzeuge noch an den Doppelkuppler hatten. Das ändert sich gleich. Denn im Jahr 2021 legte BMW nach und brachte den M3 erstmals mit optionalem Allrad und weiterhin mit dem famosen doppelt aufgeladenen 3-6-Zylinder. Allerdings mit Wandler. Das war auch neu. Jetzt mit 480 PS und Heckantrieb. In der Einstiegsvariante auch als Handschalter zu bekommen. Der Competition hatte 510 PS. Den gab es nur mit Automatik und optional mit Allrad. Der ist aber wie im M5 schon auch abschaltbar. Für die Limo ist der M3 CS als Sondermodell an den Start gegangen. Dazu habe ich eigens schon ein Video gemacht. Also wenn ihr wollt, schaut euch das gerne an. Da beschreibe ich nämlich ganz genau den Unterschied zwischen M3 regulär und CS, der mittlerweile schon nicht mehr zu bestellen ist. Ganz wie vermutet. Mit 550 PS ein wahres Traumauto. Auch ein Traumwagen dieser Emula rote M4. Ein Sondermodell namens 50 Jahre Edition und mit den goldenen Felgen ein absoluter Hingucker. Ein weiteres Sondermodell vom Coupé, der M4 CSL. Der ist natürlich auch schon ausverkauft. Der ist allerdings nur als Hecktriebler zu haben. Wohingegen das Cabrio nur mit Allrad zu haben ist. Den habe ich auch schon konfiguriert. Zieht es euch gerne rein. Erstmalig in der Geschichte kam der Touring dazu. In diesem Frozen Black einfach Next Level. Den habe ich natürlich auch konfiguriert. Also zieht euch auch das gerne rein. Tja, und jetzt kommt, was kommen muss. Das Ende meines Videos und das Ende des C63. Der Wagen wird es wohl in Deutschland und in den USA nicht schaffen. Aber vielleicht darf er irgendwo in Asien weiterleben, wo die Emotionsvorschriften so streng sind, dass man nicht um einen Hybriden herumkommt. Die Verkaufszahlen werden es sicherlich bald zeigen, wie es tatsächlich um ihn steht. An dieser Stelle verabschiede ich mich und hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn dem so ist, dann klickt beim nächsten Mal wieder rein. Euer MT. Ganz liebe Grüße und bis ganz bald. Tschüss. Das Ende des Niggas ist missin' all hard work, they callin' it talent. Und ich find that disrespectful, cause I put on the mileage. Up for the shit, but I'm down for the challenge. Step off the scene, just to find me a balance. These niggas don't want it to get it, cause when it got hard, them niggas will quit it. I put it so much hustle, dog. It's all about that muscle, dog. Yeah. Trying to make it out to struggle, dog. Yeah. Watch out, this shit bubble, dog. Yeah. Look, shit, I chase hits and make some real shit. Something that they feel, shit. Cause all I know is speakin' on some shit I really deal with. Like how I fuck some hoes and then I'm... Like how I feel, 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 like